Wir sind hier bei Eckart in den Ziemann-Harschen in Deutschland und wir haben einen Laser von G. Walke gekauft und wir sind super zufrieden mit. Die Mitarbeiter sind wirklich super freundlich, auch wirklich sehr kompetent und wir haben unser Training durchgeführt und wurden uns alles erklärt und alles war perfekt. Lasern haben wir auch schon, wie man ihn sieht, fleißig. Es war auf jeden Fall alles super und wir sind auch sehr zufrieden damit. Das Preis-Raisen-Verhältnis ist echt mega. Vielen Dank!